Wimmerhof! Über 50 Freistil! Jetzt ist der Linke! Wimmerhof! Impressiv! So, ein bisschen spannendes Duell jetzt zum Abschluss an diesem Vormittsack. 80 Grauze oder ESK für den Stefan Pilhatsch gegen den Pizzakugel-Kugel-Ober. 23,68 bei der Vollzeit mit der schnellsten Zeit. Ganz geiler Führer. Aktuell für Pizzakugel-Ober auf der 5. 800-Entscheidung. Der schnellere ist Pizzakugel-Ober. Jaaa! Ey, hol das mal! Ey, ey, hol das mal! Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu.